Herzlich willkommen zu unserer Reihe Frauen in Führung. Heute mit einer Kollegin aus dem Bereich IT. Herzlich willkommen, Cornelia Eißelt. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Eißelt, Sie arbeiten im Bereich IT-Sicherheitsarchitektur. Was machen Sie da genau? Meine Aufgabe ist es, die Abteilung in bestimmten Gremien in der Bank zu vertreten, im Bereich Sicherheit oder auch Architektur. Da werden bestimmte, ja meistens strategische Dinge besprochen oder auch Regularien besprochen. Und meine Aufgabe ist es eben, die Belange der Abteilung in diesen Gremien zu vertreten oder auch, wenn Dinge jetzt beschlossen werden, diese in die Abteilung zu tragen, zu überlegen, welche strategischen Auswirkungen hat das dann, welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, welche Auswirkungen hat das auf unsere Abteilung und das dann zu priorisieren, in die Abteilung zu tragen und dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird, im besten Fall. Und wie lange sind Sie schon bei der Bundesbank und wie sind Sie damals hergekommen? Ich bin mittlerweile schon ganze 26 Jahre bei der Bundesbank, unglaubliche 26 Jahre. Wie bin ich damals hergekommen? Das habe ich meinem Vater zu verdanken tatsächlich. Er hat aus der FAZ einen Artikel ausgegraben und sagte, guck mal, die suchen mathematisch-technische Assistentinnen. Da dachte ich, ach, das ist ja genau das, was ich eigentlich machen möchte, Informatik, Mathematik, Informatik. Und er sagte immer, mach eine Ausbildung, bevor du studieren gehst. Mach erst was Solides. Und dann dachte ich, na, die Bundesbank klingt sehr solide. Dann mache ich das doch und habe also eine Ausbildung dort angefangen, habe mich beworben und habe das Auswahlverfahren überstanden und bin dann als eine von fünf Auszubildenden, als einzige Frau übrigens, in die Ausbildung aufgenommen worden. Eine von fünf. Ich sag mal, IT allgemein und IT-Sicherheit im Speziellen gilt ja als Männerdomäne. Können Sie das nach wie vor bestätigen? Nach wie vor tatsächlich nicht. Das wandelt sich, Gott sei Dank. Mittlerweile haben wir deutlich mehr Frauen. Aber vor 26 Jahren war es wirklich so, dass ich ganz häufig die einzige Frau im Raum war. Das hat mich persönlich jetzt nicht gestört. Ich glaube, das lag vielleicht ein bisschen an der Erziehung oder am schulischen Background, wie auch immer, dass das für mich keine Rolle gespielt hat. Ich habe einfach das gemacht, was mir gelegen hat. Ich habe Informatik gerne gemacht. Es war ein technisches Thema, das mich interessiert hat. Und dann bin ich meiner Leidenschaft nachgegangen. Und ja, so kam das dann. Und neben Leidenschaft und Interesse, gab es noch andere Faktoren, die Sie auf Ihrem Karriereweg in der Bank unterstützt haben? Ja, natürlich. Also ich habe ja verschiedene Stellen durchlaufen, von der Softwareprogrammierung über Teamleitung, Gruppenleitung, dann auch Personalverantwortung. Dann war ich ein Jahr in der Europäischen Zentralbank im Rahmen der Zentralbankkooperation, habe ein ganz anderes fachliches Thema gemacht und bin dann zurück als Stabstelle zur Abteilungsleitung, also meine jetzige Position. Und dann kam auch erst das Thema Sicherheit. Das war vorher gar nicht die große Rolle, sondern der Background war eigentlich Informatik in Reinkultur. Algorithmen, programmieren, so richtig technisch an der Basis. Ja, und das, was mich da unterstützt hat, waren meistens meine Vorgesetzten. Also derjenige, der mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, möchtest du nicht, jetzt haben wir eine Stelle und eine Entwicklungsleitung, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also die Herausforderung angenommen, ins kalte Wasser gesprungen und dann ging es immer weiter in verschiedenen Themen. Also den Vorgesetzten kommt im Bereich Führung eine wichtige Rolle zu. Was macht denn gute Führung Ihrer Meinung nach aus? Gute Führung? Ja, das ist, glaube ich, einfach dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten in der momentanen Lebenssituation die bestmögliche berufliche Leistung bringen können. Das klingt jetzt so hochtrabend. Aber im Grunde sind es viele verschiedene Faktoren, die dann wichtig sind. Das kann ein privates Umfeld sein, das gerade beschäftigt. Es kann aber auch eine berufliche Herausforderung sein, zu viele Anforderungen auf einmal, dass man priorisieren muss, dass man Entscheidungen treffen muss, in welche Richtung gehen wir jetzt. Oder eben, ja, die meistens sind es dann doch sehr persönliche Dinge, die die Beschäftigten dann ablenken. Und man muss Antennen dafür entwickeln und schauen, wo steht der Beschäftigte und was beschäftigt ihn jetzt gerade so sehr, dass er eben nicht nur an die Arbeit denken kann oder nicht an die Arbeit denken kann in dem Maße, wie es jetzt wichtig wäre. Also auch der Blick übers Fachliche hinaus. Absolut. Und neben den Führungskräften haben Sie denn noch einen Tipp für Nachwuchskräfte, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen. Was wird Sie jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben? Also aus eigener Erfahrung gesprochen, mutig sein, die Chance ergreifen. Ich denke, besser als zur heutigen Zeit kann es für junge Frauen mit Ambitionen in Richtung Führungskräfte gar nicht sein. Ja, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen, auch den Mut zu äußern, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, zu sagen, wohin möchte ich denn eigentlich den Erfahrungsschatz der Kollegen wertschätzen. Das ist auch etwas, was mir oft begegnet ist, dass man Erfahrungen der älteren Kollegen durchaus mit in Betracht ziehen sollte und nicht zu, selbstbewusst natürlich, aber auch nicht so sehr, dass man alle Erfahrungen außer Acht lässt. Ja, und dann einfach zugreifen, wenn sich die Chance bietet. Schön zugreifen, das ist doch ein schönes Stichwort. Und auch ein Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Ezzett. Sehr gerne geschehen. Vielen Dank.